15 Jahre nach dem Solo-Debütalbum ist jetzt der Nachfolger da. Er kann es sich erlauben. Einer der größten Musiker Deutschlands. Heute hier im Studio. Herzlich Willkommen, Peter Fox. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir? Ja, dankeschön. Mir geht's auch sehr gut. Du hast es tatsächlich geschafft. Wobei, sprechen wir gleich drüber. Es war ja gar nicht mal so eine ausgesprochene Mission von dir, Nachfolger zu Stadtaffe zu machen. Nee. Du warst jetzt auf kleiner Warm-Up-Tour, habe ich gehört, nach dem Album. Erzähl mal diese ganz kleine Pause zwischen Warm-Up-Tour und den Festivals. Wie geht's dir? Wie ist das Gemüt auch ein paar Wochen nach diesem, vielleicht für dich auch ein bisschen überraschendem Album-Release? Nach so vielen Jahren. Ach, also wie gesagt, mir geht's gut. Klar, es braucht ein bisschen Zeit, neue Band und so. Das Live-Ding muss erst mal so ein bisschen warm laufen. Wir hatten auch gleich bei den ersten zwei Shows ein bisschen Katastrophen-Gigs mit technischen Ausgaben. Ausfällen und so, aber jetzt läuft alles und ich glaube, es wird auch cool. Du hast eine Pressekonferenz gemacht vor ein paar Wochen zum Album. Ich weiß, du bist jemand, der so ein notorischer Interview aus dem Weg gär. Der Rolling Stone hat geschrieben, die Pressekonferenz zeugt nicht nur von deinem Status, sondern auch von deinem Ego. Ja, also es war einfach ein bisschen das, während der ganzen Album-Release-Zeit, da war so viel zu tun, dass ich auch keine Zeit hatte, jetzt mit mehreren Medien Interviews zu machen. Deswegen haben wir so eine Pressekonferenz gemacht und dachten uns, ein Interview können wir ja machen irgendwie. Und jetzt ist halt inzwischen auch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen bin ich auch gerne hier. Voll. Du hast hier und da schon gesagt, das ist diesmal dein letztes Solo-Album. Das ist etwas, was man kennt von dir. Wobei ich sagen würde, das Versprechen... Glaubt jetzt keiner mehr. Nee, anders. Ich glaube, das letzte Versprechen bei Stadtaffe, das würde ich nicht als gebrochen verbuchen, weil 15 Jahre ist schon so eine Zeit, wo man die abkauft, dass du es ernst gemeint hast. Was ist denn diesmal passiert? Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, dass dieser Gedanke sich überhaupt geformt hat, okay, es könnte wieder ein Solo-Album sein nach 15 Jahren. Tja, also es ist tatsächlich so, dass eigentlich der Plan war, ein Duo zu machen. Ja. Ich wollte mit Tretti ein paar Songs machen, auch gar nicht unbedingt ein Album. Okay. Und dann hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann, ja, hatte ich halt Skizzen und schon so Sachen angefangen zu produzieren und ein paar Textideen und so. Und dann, ja, kam es halt so, wie es jetzt gekommen ist. Ja, dann mache ich halt ein bisschen was alleine, habe mit dem Krauts angefangen, wieder ein bisschen rumzuproduzieren, habe ein bisschen getextet und dann habe ich immer mehr Bock gekriegt irgendwie und, ja, dann kommt irgendwann so auch natürlich im Umfeld und bei allen so, ja, kannst du ja auch ein Album machen. A la E-Book, ja. Ja, erstmal wollte ich eigentlich nur so eine EP, ey, und wenn wir mehr Material haben, vielleicht eine zweite, aber dann war es so, ja, eine EP, eine EP, hör mal auf, jetzt komm, dann mach doch ein Album und so. Und irgendwann habe ich es dann selber geglaubt, das ist irgendwie eine gute Idee. Und ja, ist auch cool. Finde ich super interessant, dass auch dieses Album anfing mit der Idee, mit oder für einen anderen Künstlermusik zu machen. Bei Stadtaffe war es CeeLo Green. Ich glaube, du wolltest für ihn so ein Album machen und das ist dann geendet in deinem Solo-Debüt. Also was heißt, für ihn, mit ihm zusammen, aber ich wollte so, hatte so diese Musikidee mit dem Orchester und der Drumline, Drums und so. Ja. Und er fand das halt cool, hatte die ersten Demo-Beats gehört und meinte, ey geil, lass uns machen und so. Und dann hat das ja damals aufgrund seines Riesenerfolgs mit Niles Barkley, mit diesem Crazy-Hit. Crazy, ja. Da waren natürlich alle so, ey, du musst jetzt hier ein Album machen, am besten gleich das zweite. Und dann hatte er halt erstmal keine Zeit. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich es halt alleine und so. Was würdest du sagen, ist das für dich auch im Kopf und mental, wenn du an so Alben gehst, weil ja witzigerweise deine zwei Solo-Alben nicht mit dem konkreten Gedanken begonnen haben, ich setze mich jetzt hier hin und mache ein Album für mich selber, sondern so ein bisschen aus der fast schon so Außenperspektive für dich auch entstanden sind? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass ich irgendwie halt nicht jetzt per se jederzeit denke, oh, ich habe so viel zu sagen, so viel zu erzählen, ich will jetzt irgendwie ein Album machen. Ja. Und ja, dass ich dann erstmal so reinkommen muss in so einen Modus, dass es Spaß macht, dass ich vielleicht ein, zwei Songs habe, die ich irgendwie selber richtig gut finde. Ah, ist ganz gut geworden. Ah, jetzt könnte man vielleicht noch sowas machen, sodass ich halt so, wenn ich so da sitzen würde, so gefühlt vor dem weißen Blatt Papier oder halt irgendwie vorm Rechner, so jetzt Album, ich glaube, das würde mich erstmal abschrecken halt. Und so auf die Art fällt mir es anscheinend leichter, dann mich da so reinzuschaffen, dass ich irgendwie denke, okay, dann kann ich auch irgendwie zehn Songs machen. Ja, ich finde, die Charakteristik ist ja auch sowohl bei Stadtaffe als auch dieses Mal, diesmal hast du es auch betont im Interview, dass du bei der Produktion so das Gefühl auch erwecken wolltest, es sind einfach viele Leute da. Es sind viele Chöre diesmal irgendwie Teil der Musik. Bei Stadtaffe war es ein Orchester, das suggeriert ja auch einfach einen vollen Raum und viel Beitrag von den Leuten. Diesmal ist das Album deutlich mehr natürlich elektronischer produziert als analog damals. Aber das ist auch immer ein Gedanke so, dass du zeigst, es geht hier viel, es bin nicht nur ich, sondern es sind viele Leute, die hier zu der Sache beitragen. Genau, also wie man ja auch bei Seed sehen kann, ich stehe schon auch auf viele Menschen, die zusammen Musik machen. Ich finde das irgendwie geil, halt irgendwie das im besten Fall, es funktioniert nicht immer, aber im besten Fall addiert sich ja auch menschliche Energie. Darum geht es ja auch bei Musik so, unter anderem. Auch wenn es natürlich Künstler gibt oder das auch so ein Ding sein kann, dass man besonders intim irgendwie Sachen macht. Es gibt Künstler, Bob Dylan hat ja nur mit einer Gitarre sein Ding gemacht, nur er und eine Gitarre. Und dann gibt es Leute, die es nur mit Klavier machen. Also Adele könnte wahrscheinlich ein Album mit, oder Stevie Wonder hätte jetzt auch ein Album mit Air und Keyboard machen können. Aber ich finde es schon eigentlich geil, gerade auch für die Live-Performance so in ein bisschen größeren Bands zu denken und mehr Leute, die irgendwie Musik machen. Du hast glaube ich Leute auch sich bewerben lassen, dass die auf der Bühne tanzen, also ganz normal Fans, ne? Genau, also wir haben irgendwie für die Live-Show uns so ein bisschen was überlegt, dass wir quasi das Publikum, für das wir spielen, auch noch mit auf die Bühne holen. Dass sich das Publikum so in sich selber spiegeln kann, weil es auch den Hype eigentlich ganz gut vergrößert, so beim Konzert. Und das bringt auch echt Bock. Und die Leute haben natürlich auch eine super Zeit, weil die es jetzt auch nicht gewöhnt sind, dann auf einer Bühne mitzustellen. Auf der Bühne zu sein, klar. Das spiegelt ja auch den Gedanken vom Album auch wieder, dass man einfach viele Leute, viele Stimmen auch hört. Ja, voll, ja. Du hast einmal, glaube ich, das Wort auch gedroppt, Human Power oder wir haben versucht, viel Human Power abzubilden. Genau, also das Ding war, auch wenn natürlich die Beats von der Anlage her schon elektronisch sind, wollte ich halt nicht, dass es so nach einer Laptop, nach einer reinen Laptop oder so einer Schlafzimmerproduktion klingt. Und haben viel Chöre aufgenommen, was ja irgendwie erstmal so das Menschlichste ist an Element, was man so nutzen kann. Ja. Und ja, halt haben dann am Schluss immer noch so eine, wie so eine Barbecue-Session draußen gemacht und haben nochmal einfach ein bisschen Party gemacht zu den Songs. Irgendwie geklappt, mitgesungen, irgendwie ein bisschen Atmos. Ach, auch aufgenommen für die Platte haben wir? Ja, ja, ja. Also Field-Recording-mäßig. Das ist eigentlich auch in jedem Song irgendwo drin. Geil. Also nicht nur bei Zukunft Pink, das Ende mit dem Clamp und Singen, das ist zum Beispiel auch so ein Recording, was wir mit 20 Leuten irgendwo draußen gemacht haben. Okay. Ein paar Mal overdupped so, manchmal auch, dass es sich nach noch mehr Leuten anhört. Manchmal sind es auch mit Absicht nur so fünf, sechs. Ja. Aber so, das ist immer so ein bisschen so ein Viper da, da sind irgendwie Menschen, die da dran beteiligt sind. Es gelingt da mal mehr, mal weniger gut, aber das war so die Idee. Ich weiß nicht, wann du mit der Produktion angefangen hast und wann du dir diese Gedanken genau gemacht hast, aber ich finde es schon bezeichnend, dass du erstmal darauf achst, dass es nach Menschlichkeit klingt und auch dieses Wort Human Power so gedroppt hast, in einem Zeitalter, wo AI super groß ist aktuell und wir gefühlt in Sachen Kunst, Entertainment und generelle Information und alles, was uns umgibt, immer weiter weggehen von Human Power und mehr zu generierter Power mehr oder weniger. Hat das irgendeinen Gedanken, hat das irgendeine Rolle gespielt bei dir? Oder jetzt vielleicht auch rückblickend? Ja, sagen wir so, ich versuche halt schon gerne immer ein bisschen gegen das, was gerade in Mode ist, zu gehen. Also damals hätte jetzt auch keiner gesagt, ja, mit einem Orchester irgendwie Urban Music machen ist irgendwie genau das Erste, was allen einfallen würde. Und deswegen fand ich es extra geil, das zu machen. Und auch jetzt, zum Beispiel für die Live-Show, also ich finde so eine LED-Wand, das schockt mich einfach nicht mehr. Jede Wurst hat eine riesen LED-Wand hinter sich und es ist irgendwie auch einfach nicht mehr fresh. Und deswegen habe ich halt einfach versucht, irgendwie, ja, ich will eigentlich lieber Leute fühlen, so. Und ja, kann man jetzt irgendwie hippiemäßig oder auch oldschool finden? Ja, also, ich weiß nicht, mich haben halt so Acts geprägt, auch live, die, also auch wenn ich sie teilweise nicht selbst erlebt habe, aber so von Konzertfilmen oder so, aber auch so meine ersten Konzerte, wo ich so selbst früher hingegangen bin, haben mich eigentlich meistens schon die Sachen am meisten irgendwie angeturnt, wo die Band irgendwie groß war, wo viele Leute zusammen auf der Bühne was klar gemacht haben, so. Ja, finde ich auch mittlerweile. Also finde auch, dass mittlerweile zu einer krassen Show suggeriert wird, dass einfach viel Technik dazu gehört. Und bei den meisten denkst du dir, okay, das ist jetzt eine Kostenfrage. Das kann auch super fresh sein, aber egal, ja, sag du mal. Bei den meisten hat man dann das Gefühl, das ist einfach nur eine Kostenfrage. Also klar, dieser Act ist riesengroß. Ich gehe davon aus, dass sie sich das leisten kann, auf einer Welttournee so eine Riesensache aufzufahren. Aber was einen dann doch mehr berührt, ist dann meistens das, was du sagst, dieser Skill auf der Bühne, der unersetzlich ist, der jeden Abend auch ein bisschen anders vielleicht ist. Und diese Begeisterung, die dann eine Masse an Menschen auf einer Bühne entfachen können, das kann die LED-Wand nicht ersetzen. Genau so. Also ich finde halt, so viel hilft viel. Es kann immer, also jetzt im technischen Sinne, oder besonders viel Feuerwerk, besonders viel LED und Pipapo, auch besonders viele Tänzer, muss nicht geil sein. Kann auch irgendwie immer so einen leichten Las Vegas Musical-Touch haben. Oder halt, ja, ich kann mir halt die krassesten Tänzer leisten, deswegen habe ich 30 krasse Tänzer. Okay, aber es ist dann künstlerisch noch nicht unbedingt krass. Und auch da gibt es immer Beispiele von Leuten, die das sehr geil machen. Oder die auch mit den technischen Möglichkeiten, also zum Beispiel die Henry Glamasho, hat mich irgendwie voll weggeknallt, fand ich richtig gut. Obwohl er auch viel nutzt, aber er benutzt es sehr streng und sehr klar. Und ballert nicht einfach wild, hier, pum, da, puff, zack, sondern er benutzt es halt irgendwie mit Gefühl und Verstand in meinen Augen. Und das finde ich halt cool. Das versuche ich irgendwie auch, ich versuche halt auch mir was zu überlegen, was ich nicht schon tausendmal irgendwo gesehen habe. Ja, wenn man die Liste von Credits auf deinem Album durchgeht, was so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, findet man super, also findet man Namen, die super unerwartet da stehen, glaube ich. Ich dachte mir, ich werfe dir so ein paar Namen davon zu und du sagst einfach ganz kurz und bündig, so was die eigentlich beigetragen haben zu dem Album. Beziehungsweise vielleicht starten wir andersrum. Wer würdest du sagen, wer waren deine engsten Wegbegleiter bei der Platte erstmal? Ja, also auf jeden Fall Winnie und Monk von den Krauts. Also Winnie eher auf der musikalischen Seite und mit Monk texte ich halt auch viel zusammen und wir sind auch beide so Soundfetischisten. Wir mixen die Tracks immer schon vor und mit ihm habe ich auch nach wie vor sehr viel von den Sachen produziert und auch eigentlich fast alle Texte geschrieben. Aber wir haben diesmal auch Leute dazugeholt beim Texten, einfach weil wir manchmal das Gefühl hatten, wir brauchen irgendwie neuen Input, weil wir haben schon so viele Texte zusammen gemacht und wollten uns auch nicht wiederholen. Haben aber am Ende, also wir hatten zum Beispiel Lars einmal dabei, wir hatten Olli Banjo mal dabei und haben aber am Ende gemerkt, das war total cool, dass die dabei waren, weil es gibt auch immer so eine Arbeitsatmosphäre. So, jetzt wird getextet, weil uns fällt es auch manchmal schwer, sich so hinzusetzen, so komm jetzt irgendwie lass fertig machen den Song. Und oft hilft es dann auch einfach, wenn Leute dabei sind, die auch so einen Arbeitsethos haben und sagen, okay, let's go und so. Aber wir haben gemerkt, am Ende sind irgendwie 95 Prozent des Textes dann doch von uns, womit ich den Leuten gar nicht absprechen will, dass sie uns nicht auch geholfen haben. Aber es war dann gar nicht so, dass wir unbedingt Leute brauchten, sondern wir dachten, wir brauchen Leute. Und der Einzige, der tatsächlich wirklich bei zwei, drei Texten sehr viel Input gegeben hat und teilweise auch sogar uns irgendwie nochmal so am Ende den Song nochmal auf links gedreht hat, war Felix Kummer. Also mit dem haben wir auch zwei, drei Songs fertig gemacht. Also die Leute kamen immer dazu, wenn es schon eine Hook gab oder ein Konzept gab. Ja, oder halt zumindest ein Konzept und auch eine Hook. Und dann war das mit ihm zum Beispiel so, dass er dann schon auch nochmal hier und da gesagt hat, ah, er ist halt auch so kritisch gewesen, was ich total gut finde. Ja, das kann ich dir vorstellen. Ja, könnte man vielleicht auch so rum noch sehen oder so. Und das finde ich grundsätzlich cool. Ich finde es immer cool, das zu öffnen. Und egal, wer wie viel gemacht hat, die Leute stehen halt in den Credits. Wer dabei war, kriegt einen Credit. Und deswegen sieht es jetzt vielleicht erst mal von außen so aus, oh, da haben irgendwie tausend Leute mitgemacht. Ich fand es cool. Ich finde, das addet ja auch ein bisschen zu der Story vom Album. Und ich finde es nicht nur charmant, sondern auch cool und fair von dir zu sagen, ey, jeder, der da ist, der sprüht irgendwie vielleicht, wenn er jetzt nicht irgendwie einen ganzen Verse geschrieben hat oder nicht mal eine Zeile. Allein, dass er da war, hat irgendwie was dazu beigetragen an dem Tag, dass der Song so entstanden ist, wie er entstanden ist. Und deswegen stehen dann, weiß ich nicht, Lars, Olli, Banjo drin. Von Deichke. Ey, die hat auch, also nur damit das klar ist, auch von denen hat jeder mindestens irgendwo eine Zeile drin. So die, wo es auch, ey, geil, dass die drin ist. Wenn die nicht dabei gewesen wären, wäre die Zeile nicht drin. Würde dem Song was fehlen. Also aus meiner Sicht so, ne? Du hast die zwei Jungs von Deichkind auch drin? Bei irgendeinem Song? Ah, bei Gegengift, ja. Ja, also es gibt, teilweise stehen auch Leute dabei, weil wir früher mal für andere Projekte einen Song angefangen hatten. Gar nicht für mein Album mal ursprünglich gedacht, wo die dann mit involviert waren. So war das zum Beispiel mit den Deichkindern. Und wo wir jetzt im Endeffekt aus so einem alten Projekt gedacht haben, ey, da hatten wir doch eigentlich eine ganz gute Idee für einen Song. Lass uns das mal nehmen. Und dann haben wir das jetzt für mein Album neu gemacht. Ja. Dasselbe auch mit dem Song, den wir mal für ein Projekt mit Julian Williams irgendwie hatten. Ah, ja. Ja. Und dann stehen die Leute halt auch jetzt mit im Credit, weil ohne die hätte es die Uridee für den Song gar nicht gegeben, auch wenn die jetzt mit dem Song eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. So, aber, ja, aber die Kraft war irgendwie mal da, sonst wäre der Song nicht entstanden. Der mit Julian, mit J-Love, das ist der Ein-Auge-Blau, ne? Genau. Der erste Song direkt auf der Malung. Mega interessant. Wie alt würdest du sagen, ist der älteste Song oder die älteste Idee auf der Platte? Das hört sich ja schon an wie auch... Schon der. Okay. Also das Projekt, was wir mit Julian damals gemacht haben, was leider nie fertig geworden ist, das war 2015. Boah, das ist acht Jahre her. Ja. Genau. Okay. Genau. Crazy. Aber ich kann mir vorstellen, du hast ja einen riesen Fundus und eine riesen Festplatte an Musik und Skizzen und angefangenen Sachen. Mhm. Wo nimmst du die Muße her, dann wieder tief reinzugehen und so Sachen zu picken? Oder wie kommst du darauf? Ja, manche Sachen lassen einen halt nie los oder tauchen immer wieder, wenn man so durch alte Ordner geht, auf, ah, der Song war eigentlich geil so. Oder hier, die Idee war gut. Ja. Aber dann schmeißt man es wieder weg oder ach, vergisst es wieder. Ja. Und zum Beispiel diese Idee oder auch das Ding mit dieser Zombie, dieser Dawn of the Dead-mäßige, dieses Bild, das war damals schon so im Rahmen der Flüchtlingskrise und so weiter mit AfD und Ausländerfeindlichkeit. Da kam so diese Grundidee von Gegengift her, wo halt die Deichkinder mit dabei waren. Ja. Und dann haben wir das jetzt halt nochmal eigentlich neu gemacht, den Song. Aber so, das sind schon so die beiden ältesten Skizzen. Der Rest ist jetzt eigentlich schon in den letzten ein, zwei Jahren für das Album entstanden. Ja. Arnim von den Beatsteaks wollte ich auch mal... Dem Gegengift-Song. Stimmt. Ja. Das war damals ein Song für das... Die Krauts wollten mal so ein Producer-Album machen, was auch nie erschienen ist. Ja. Und das war mal so ein Track, wo halt irgendwie Arnim mal was mit denen gemacht hat und dann hab ich was mit hier, mit Philipp von Deichkind und so. Und dann ist das halt auch nie was geworden oder nie fertig geworden so. Und jetzt haben wir das halt nochmal rausgekramt und irgendwie fertig gemacht. Der Tretti-Credit auf dem Album ist wahrscheinlich ein bisschen neuer. Der kommt vielleicht aus der Phase, wo ihr als Duo dann sozusagen... Ja. Mehr oder weniger, ja. Ist das ein Projekt? Also ich meine, mittlerweile hat Tretti-Man ja dieses Album released, wo alle auch in der Öffentlichkeit wissen, was er durchgemacht hat. Die dramatische Trennung, daraus ist ein Album entstanden. Dann die Trennung von Kitschkrieg und so weiter. Also viel los bei ihm. Trotzdem ist diese Idee, dass ihr beide in irgendeiner Art und Weise mehr als nur einen Song zusammen macht, sondern in irgendwas endet. Ist das verworfen oder ist das erstmal nur auf Standby? Ey, sag niemals nie. Also jetzt gerade fühle ich mich auch so, als ob ich jetzt nicht nochmal irgendwie als Artist in erster Reihe so irgendwas machen will. Ich hab echt langsam das Gefühl, ey, es war geil, es hat nochmal echt Spaß gemacht so. Aber im Moment hab ich auch das Gefühl, ey, ich hab... Irgendwie auch alles erzählt und es müssen auch irgendwie Jüngere ran. So langsam, finde ich. Also ich werd nicht aufhören, Musik zu machen, aber ich hab eher so andere Pläne, als jetzt nochmal auf Deutsch zu texten und irgendwie ein Album zu machen, wo ich da vorne stehe am Mic so und was mache. Also im Moment fühlt sich das einfach nicht danach an, aber ey, das hab ich ja schon mal gesagt, deswegen, ich sag jetzt auch niemals, also sag niemals nie. Ja, du hast nach Stadt dafür auch, es gab ja diesen Moment, wo du auch öffentlich gesagt hast, äh, ich werd nicht mehr als Solo-Künstler auftreten und der Rummel wird mir zu viel und so weiter, das ging ja auch groß durch, das war ein großes Thema damals. Ähm, und da hast du im Rahmen dessen auch mehrmals betont, dass du gerne einfach für andere produzierst und Alben für andere auch machst. Das ist in der Form dann nie irgendwie... Doch, ich hab so ein Projekt gemacht, das hieß Ricky Dietz, mit nem, ähm, es war englischsprachig, da hab ich wirklich nur produziert, so. Ähm, ja, also dann damals mit J-Love hatten wir eigentlich, also ich will nicht sagen ganzes Album fertig, aber echt, also es ist viel Zeug. Krass, okay. Was dann auch aufgrund von diversen Schwierigkeiten irgendwie nie fertig wurde, aber, also ich hab das schon ernsthaft verfolgt. Und ich hab auch zum Beispiel für die Beatsteaks immer wieder mal einen Song produziert, für deren Alben oder so. Also ich find das schon geil, so. Und, ähm, ja, kann mir das auch nach wie vor vorstellen, das zu machen. Gibt's Artists, wo du einfach sagen würdest, das steht auf meiner Liste, dass würde ich, wenn heute das Angebot auf dem Tisch liegt, nach der Tour, nach den Auftritten, dann hätte ich Bock von dem und dem, X, Y, Z, das Album zu produzieren? Ist die Liste so lang oder so kurz, dass du nachdenkst? Nee, es ist einfach nicht so konkret. Okay. Das muss so, das passiert dann irgendwann so. Das muss entstehen. Alter, der ist geil und so. Ach, hier kennst du Theophilus London? Ja, ja, lange nicht mehr gehört, aber ja. Für den hatte ich zum Beispiel auch zwei Songs produziert auf seinem Album, was dann damals Kanye irgendwie executive produced hat. Ja. Auch ein bisschen strange, ist auch ganz schön untergegangen damals, die Platte, weil ich glaube, die haben mehr auf Fashion-Shows abgehangen zusammen, als wirklich Musik zu machen. Ja. Weiß nicht, ob das der schlauste Move für ihn war. Ja, dieser All-Day war, glaube ich, so der Peak deren Zusammenarbeit damals. Ja, ja, ja. Also, es kann immer so, und der war zum Beispiel, den hatten wir bei Seed mit als Support. Ja. Irgendwie auf Tour und dann hat er irgendwie gefragt, wollen wir nicht mal eine Session machen zusammen? Ja. Und so muss es halt, denke ich mal, dann passieren, dass man irgendjemanden kennenlernt oder der poppt irgendwo auf und man denkt, ey, der oder die ist irgendwie cool. Ja. Ja. Interesting. Für die Tatsache, dass so viele Leute am Album beteiligt waren und du auch dieses Gefühl vermittelst, dass so viele Leute am Start sind, hatte die Platte, finde ich, relativ wenige Features, wobei das ist gar nicht so unüblich für dich. Das ist eher unüblich für den Zeitgeist vielleicht. Wie bist du da rangegangen, wen du da drauf geholt hast? Vor allen Dingen zum Beispiel dafür, dass so wenige Features sind auf der Lead-Single und können wir auch gleich drüber sprechen, lange Zeit lang der Albumtitel gebenden Single, dass da direkt ein Feature-Gast drauf ist mit Ines. Ja, weil es halt da irgendwie cool war, eine Frau zu featuren so. Und ja, ich hatte noch ein, zwei Ideen auch für Feature-Gäste. Und das ist dann aus Zeitgründen nicht richtig fertig geworden. Wir überlegen auch, ob wir vielleicht im Herbst nochmal zwei, drei von den Songs, die nicht fertig geworden sind fürs Album, die wir aber eigentlich gut finden, wo wir denken, ja, die sind eigentlich geil, dass wir die noch fertig machen. Und dann könnte auch der ein oder andere Feature-Gast nochmal poppen. Geil. Ich habe bei Zukunft Pinkt eh so ein bisschen das Gefühl, deswegen würde ich von dir gerne wissen, wie du den Song wirklich gemeint hast, weil der Song ist so optimistisch und in Teilen fast schon so überzogen utopisch. Teilweise hat der mich so ein bisschen an Hurra von den Ärzten erinnert. Nicht vom Sound logischerweise, aber von der sarkastischen Art und Weise, wie du dort über Happiness singst und rappst, wie die das damals auch gemacht haben nach der Wiedervereinigung. Hat das eine zweite Ebene? Ist das einfach so positiv verblendet glücklich in dem Moment gewesen? Oder was hat der Song für dich für Facetten? Also die Grundmotivation war schon aus dem Gefühl heraus, dass irgendwie alles wahnsinnig dystopisch ist. Also eine Zeit lang war so, wenn du eine Serie gucken wolltest oder einen Film, alles, was irgendwie mit viel Budget und fett produziert war, war oft sehr dystopisch. Also es gibt tausend düsterste Zukunftsvisionen in der Popkultur. Und ich fand es irgendwie, dachte irgendwie, ey, wenn man sich immer nur das Schlimmste vorstellt, dann wird es auch schlimm, so ungefähr. Und ja, das war so ein bisschen die Motivation. Ich will irgendwie eine positive Zukunftsvision. Und natürlich kann ich die selbst nicht als die realistischste Zukunft verkaufen. So glaubhaft, ja, so wird es. Und diese Selbstsuggestion, ey, ich will aber, dass es geil wird, soll aber auch rüberkommen. Also ich meine das schon ernst. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass die Zukunft nicht einfach nur geil wird. Aber ich fand es trotzdem ein gutes Vehikel, um so ein paar Sachen reinzuwerfen, die mir halt irgendwie wichtig sind. Deswegen egal, was ich mir dazu gedacht habe oder was ich jetzt hier erkläre, macht den Song eh nicht stärker oder besser oder schlechter. Ja, finde ich total interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei den Ärzten früher auch ungefähr so war, weil sich ernsthaft lustig machen über die Wiedervereinigung wollten sie sicher nicht. Sie fanden das schon grundsätzlich gut. Aber mit so einer Art, ich weiß nicht, fast schon so ungesundem Optimismus überzogen, utopisch in die Zukunft zu gucken, hat ja schon was von Ausweglosigkeit in der Realität. Dass man durch so eine Art Verdrängungsmechanismus sagt, ich mal mir die Zukunft jetzt so pink und so nice. Das ist so, wie du sagst, man muss schon daran fest glauben können, damit es zumindest eine Chance hat, realistisch zu werden. Also man muss sich zumindest eine geilere Zukunft vorstellen können. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Aber ja, so allgemeines Gemecker und alles ist scheiße und so. Da sind wir ja gut drin. Da sind wir halt wahnsinnig stark drin und ich finde es schon irgendwie gut, auch aktiv irgendwie an einer besseren Zukunft auch zu arbeiten. Also warum nicht? Ich bin ja auch alt genug jetzt, habe mich ausgetobt und finde irgendwie gegenüber so einem krass super materialistischen Zeitgeist und irgendwie, hatte ich auch schon einen Song dabei mit Kitschkrieg, mit auch Lampo Lampo. Lampo Lampo, so das war, haben auch manche gedacht, meint der das ernst? Ja, 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 ja. Also ich werde da auch oft so ein Missverständnisgefühl, auch mit der Dubai Song, ganz viele so, ja, irgendwie so Urlaubsfeelings und Dubai, ich verstehe den nicht, ist mir irgendwie alles zu seicht. So, also jetzt waren so Kommentare zu meiner neuen Platte, auch von so Kritikern, wo ich so dachte, ey, die haben den Song überhaupt gar nicht verstanden. Ja. Aber, ey, it is what it is. Dieses Gefühl fing ja schon an mit der Lead Single, abgesehen davon, dass sie zum einen extrem erfolgreich war, kommerziell, viel Kritik irgendwie auf sich gezogen hat oder einfach diesen einen Moment von kultureller Aneignungskritik hervorgerufen hat. Du, das ist, ob willst du die natürlich stark angelehnt an Amapiano und bedienst dich an Amapiano Sounds. Die Diskussion wurde jetzt weit und breit geführt. Du warst auch bei TTT zu Gast und hast ein bisschen darüber gesprochen. An manchen Stellen, im Spiegelinterview hast du, glaube ich, gesagt, ich diskutiere das nicht mehr weiter, das ist für mich Energieverschwendung. An anderen Stellen hast du gesagt, ich hätte das selber auch einfach geiler kommunizieren oder klarer kommunizieren müssen am Anfang. Was ist so, wenn du den Schlussstrich ziehst, am Ende so dein Learning oder das Fazit, was du aus der ganzen Situation ziehst? Ja, eigentlich wirklich genau, wie ich es auch in dem Spiegelinterview gesagt habe. Also ich verstehe irgendwie, wenn Leute, die gerade in Deutschland auch eine relativ marginalisierte Gruppe sind, also eine kleine Gruppe, wenn die sich einerseits benachteiligt fühlen, andererseits im schlimmsten Fall mit Rassismus zu tun haben, dass die auch empfindlich sind bei bestimmten Sachen oder sich auch wehren wollen und so. Trotzdem finde ich, wurde in dem Fall, wie so oft, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also das einfach an der Stelle, das zu diskutieren, so irgendwie so ein bisschen, fand ich einfach ein bisschen unnötig oder fand ich irgendwie komisch. Im Endeffekt, was von den Vorwürfen dann übrig blieb, war halt, dass ich nicht süd- und westafrikanische Einflüsse hätte sagen sollen in dem Pressetext, sondern Amapiano hätte genauer accrediten sollen. Und das ist so, ey, okay, stimmt, hätte ich machen können. Wir haben so in unserer Bubble gedacht, wir wollten nicht mit dem Wort Amapiano so Werbung hausieren gehen, tatsächlich, weil es gerade auch so eine hippe Musikrichtung ist und wir fanden es eher ein bisschen peinlich. Ja, das ist jetzt ein Amapiano-Song, vor allem bei wir es jetzt auch nicht so als 100 pro Amapiano-Song gesehen haben. Aber das ist so was, wo ich denke, okay, im Nachhinein, ey, stimmt, hätte man machen können. Und natürlich hätte ich auch einen südafrikanischen Künstler noch featuren können. war halt nicht so das Erste, woran wir gedacht haben bei dem Song, sondern wir hatten so andere Baustellen im Kopf. Ja. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass es kulturelle Aneignungen als Vorwurf eigentlich nicht geben sollte. Das ist meiner Meinung nach Quatsch, weil Kultur, gerade Pop, funktioniert immer durch Austausch von Kulturen und so. Wenn jemand Ideen klaut, das ist ja nochmal eine andere Nummer, finde ich so. Das ist natürlich verwerflich so. Ja. Für jemanden wie dich, der erstens ewig weg war, zweitens in der Zwischenzeit auch politisch immer wieder aktiv war und auch auf der Platte immer wieder versucht, die Sachen so im Subtext mindestens einzubringen. Wie schwer ist dieser Balanceakt und wie kriegst du das hin, im Studio manchmal auch deine aktivistische Seite vielleicht auch ausschalten zu müssen, weil du sagst, das ist dem Song nicht zuträglich oder vice versa? Also schwierig, sagen wir mal so, ich versuche irgendwie Popmusik zu machen, die man fühlen kann und so und da ist manchmal zu viel direkter Inhalt einfach im Weg. Ja. So finde ich. Ja. Wenn man, also wenn man jetzt, also deswegen versucht man dann halt irgendwie das so auszudrücken, ähm, dass es irgendwie entweder punch hat, so, oder halt vielleicht ein bisschen poetisch verpackt ist oder so, in so einem Bild, so wie jetzt in dem Dubai-Song oder so. Ja. Den dann keiner versteht. Das man jetzt nicht, ne, ich glaube, also viele verstehen den schon, aber bei manchen dachte ich schon, äh, die haben es wahrscheinlich einmal angespielt und erhältst, macht hier so. Ja. Irgendwie so eine Ballade über Dubai und so, ne? Und wo ich mir denke, okay, die haben es irgendwie gar nicht so richtig verstanden oder nicht richtig zugehört. Auch das ist natürlich was, was man irgendwie zwar erhofft sich von den Leuten, aber man kann es nicht erwarten, dass die Leute deinen Songs mit derselben Intensität anhören, wie du, als du es geschrieben hast, dir das irgendwie gewünscht hast, so, ne? Ja. Insofern muss ich da manchmal auch anerkennen, okay, dann habe ich als Künstler vielleicht versagt oder habe es nicht on point rübergebracht, dass die Masse es irgendwie versteht, so wie ich es meine und trotzdem man es fühlen kann, ne? Das ist sozusagen der Anspruch, den ich dann habe. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann kann ich auch mich nicht über die Leute aufregen. Also manchmal tue ich es schon. Also bei Journalisten, bei Musikjournalisten rege ich mich dann schon auf. Ich denke, ey, ihr habt das gar nicht richtig angehört, ihr Trotz. Das ist ja der Anspruch von dir auch dem gegenüber anders. Ja, auf jeden Fall. Aber dass wenn jetzt so die Leute oder das Publikum das nicht alles so checkt, wie ich das gemeint habe, dann würde ich immer sagen, ey, dann habe ich es entweder nicht gut genug geschrieben oder ist auch okay, wenn jeder so in einem Song ein bisschen was anderes liest oder hauptsache es gibt irgendwie ein Gefühl und die Leute hören den Song gerne. Ist ja dann auch erst mal gut. Ja. Diese Tags me now, I'm a rich mother fuck line, die haben glaube ich viele auch erst mal einfach nur als ein Flex tatsächlich wahrgenommen. Ja, guck mal, wie reich ich bin. Aber du meinst das schon ernst und du bist auch schon jemand, der jetzt auch öffentlich gesagt hat, ich würde gerne, nachdem die Tour vorbei ist und so weiter, mich schon gerne mit Leuten zusammenschließen, die der gleichen Meinung sind und für höhere Besteuerung von Reichen einstehen und kämpfen möchten. Ja, also ja. Ja, tatsächlich. Finde ich schon wichtig. Also, ich glaube halt, dass bei vielen der Probleme, die wir so gesellschaftlich haben oder so auch als Menschheit geradezu, um es mal ganz pathetisch auszudrücken, irgendwie die Solidarität oder der Gedanke von Solidarität total essentiell ist, um irgendwie voranzukommen. Also weil, also allein auch schon zwischen den Staaten und das gilt dann natürlich auch innerhalb der Länder, also jetzt, das mit den Steuern ist natürlich jetzt erstmal was, was du, wenn überhaupt nur deutschlandweit irgendwie bewegen kannst. Ja. Ich finde halt zum Beispiel das mit der Erbschaftsteuer einfach nicht ausreichend. Also wenn jemand, ich finde es halt nicht so cool, wenn Erbschaft einfach als selbstverständlich angesehen wird. Vor allem, weil wir ja sonst immer so den Leistungsgedanken haben und an der Stelle Ja, den Aussatz. Und ich verstehe, wenn jemand sagt, hey, ich habe mir das hart erarbeitet, meine Millionen, ich will die, nee, ich will davon nichts abgeben, okay. Aber die Leute, die das anders sehen, die zusammenzubringen und irgendwie vielleicht eine andere Dynamik da in Gang zu kriegen, das finde ich schon gut. Vor allem, weil so viele Leute jetzt auch von all den Problemen, die es gibt, sei es jetzt durch den Klimawandel, mehr Migration, Leute wollen nach Europa immer, das wird ja nicht weniger, das wird ja mehr werden. Ja, genau. Und wir müssen halt Mittel umschichten, wir müssen halt irgendwie gucken, dass man wirklich fair mit den anderen Staaten umgeht, dass man wirklich fair sich auch um die Klimapolitik kümmert, dass einfach die Staaten, die erstens schon mehr verbraucht haben und auch deren Industrie darauf aufgebaut wurde, einfach irgendwie ein Zeichen setzen. Und dieses Zeichen der Solidarität, das finde ich an allen Stellen total wichtig, weil sonst, es werden auch immer die Leute, die keine Kohle haben oder die ärmer sind, auch als erstes immer leiden. Natürlich, klar. Also egal, ob es in Deutschland ist, also unter den hohen Energiepreisen oder Inflation leiden ja immer erst mal die, die eh nicht viel Kohle haben. Und international genauso. Die Länder, die unter dem Klimawandel am meisten leiden werden, sind natürlich die Ärmsten. Die Ärmsten, ja klar. Und deswegen finde ich diesen Gedanken, ey, mir geht's gerade gut, aber mir geht's, das bringt ja nichts, wenn es mir gut geht und irgendwie um einer rum ist, irgendwie nur Stress und Angst und irgendwie und keine Ahnung. So ich verstehe immer gar nicht, man kann es ja auch gar nicht, abgesehen so aus ganz egoistischen Gründen, man kann es gar nicht genießen. Also auch wenn, jetzt, mir geht ja keiner, bei mir kommt jetzt ja noch keiner über den Zaun geklettert und sagt, ey, ich will was von deinem Reichtum ab. So ist es ja nicht. Aber gefühlt ist es ja eine berechtigte Stimmung. Oder was heißt eine berechtigte Stimmung? Das ist das falsche Wort. Ich fühle sozusagen den Druck unter den Menschen. Und es gibt ja auch einen Wunsch nach Gerechtigkeit. Und der ist, glaube ich, sogar in uns eingepflanzt. Ich glaube, es gibt sogar so Versuche unter Geschwistern. Ich habe schon geguckt. Es gibt natürlich Status und den brauchst du teilweise auch. Ich würde auch gar nicht sagen, wir sind alle gleich. Ich glaube auch nicht an den Kommunismus oder so. Wir sind nicht gleich und so. Und ich finde auch, dass Leistung auch belohnt werden sollte. Okay. Aber ich finde der Ausgleich und auch das Gefühl, dass die Leute aufeinander achten und auch gucken, dass keiner hinten runterfällt, wichtig. Und im Endeffekt auch allein deshalb wichtig, damit wir uns nicht irgendwann an die Gurgel gehen oder halt irgendwie Krieg und Mayhem irgendwie ausbricht. Das ist, finde ich, für mich liegt es auch auf der Hand. Und das beste Beispiel finde ich dafür, dass wir erstens alle nicht alleine sind, ob jetzt auf Individuen bezogen oder auf Staaten bezogen, dass es nicht einfach reicht, auch selbst wenn wir eine Mauer bauen um uns herum, dass wir da nicht mit unseren Problemen dann alleine sind, war diese Waldbrände in Kanada, die dann plötzlich in New York für eine Woche irgendwie in Sepia getaucht haben. Und du dir denkst, okay, das ist in einem anderen Land. Die haben nichts mit dem Waldbrand zu tun. Das sah sogar da, wo der Waldbrand war, nicht so aus wie in New York. Also weißt du, du kannst am Ende, bist du, bist du den Problem einfach ausgesetzt, egal was du machst, wo du bist, wer du bist. Und klar spielen Klassismus und Rassismus und Klima, alles spielt miteinander eine Rolle und wirkt sich aufeinander aus am Ende. Ja, 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 auf jeden Fall. Und genau, also das, man spürt immer mehr, dass irgendwie eh alles zusammenhängt, dass wir alle in einem Boot sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach wirklich so, wir haben nur eine Erde und solange wir eben nicht auf den Mars können, finde ich, sollten wir uns auch vor allem darum kümmern, dass es hier irgendwie lebenswert bleibt. Und es ist auch einfach ein Fakt, dass die politischen Kräfte in unserer Gesellschaft und auch im Westen und auf der ganzen Welt, ich würde da fast erstmal keinen ausnehmen, tendenziell so gebaut sind, dass die Vorteile dort bleiben, wo sie gerade sind. Klar. Also auch, es gibt sehr viele Behaarungskräfte, die dafür sorgen, dass da, wo dieses Money ist, es da auch bleibt. Und deswegen finde ich das gar nicht so krass revolutionär oder hippiemäßig oder so, da ein bisschen was dran zu rütteln, weil diese Kräfte sind super stark und warum sollten die anderen Kräfte, die das ausgleichen oder ändern wollen, nicht auch stark sein? Und da so ein bisschen aus seiner Haut zu kommen oder auch sich ein bisschen vorzuwagen, was ich jetzt sozusagen gerade in diesem Moment hier versuche. Was auch immer so ein bisschen unangenehm ist, weil man denkt, ja, ist ja gut, du bist super gerecht, du bist super cool und so. Das schwingt ja dann auch immer mit, der will sich wichtig machen. Aber ich finde es halt wirklich logisch, dass man da dran was ändern muss. Ich fand es witzig, dass du an irgendeiner Stelle gesagt hast, das Problem bei Politik ist, dass immer Change by Disaster geschieht und nicht Change by Design. Und um das Thema abzuschließen, und ich fand es immer witzig, weil deine Alben sind auch so ein bisschen immer bei Disaster entstanden und nicht bei Design. Irgendwas hat nicht funktioniert und dann ist ein Solo-Album entstanden. Ja. Ist irgendwie funny. Vielleicht ist das Leben so auch. Aber Politik sollte dem schon Schritt voraus sein. Die größten Moves passieren, also wir hatten irgendwie 70 Jahre Frieden in Europa, nachdem irgendwie der Zweite Weltkrieg irgendwie war. Also die Leute sind auf jeden Fall brauchen auch immer einen krassen Hieb in die Fresse, um irgendwie kurz mal zu begreifen. Warte mal, vielleicht müssen wir was ändern an unserem Verhalten oder unserem systematischen Aufbau und unserem Dealen untereinander und so. Ja. Und jetzt ist auf jeden Fall Fakt, irgendwie gerade eine Zeit, wo das wichtig ist, dass wir alle ein bisschen uns umgucken und auf uns aufeinander achten. Ja. Hätte sich auch wieder super Kirchentag sehen, Tzian, aber ist so. Ist so. Ja, voll. Ich möchte ein bisschen nochmal über das Album sprechen, weil die große Tatsache, mit der ich auch heute reingekommen bin und die alles überschattet hat, sind natürlich diese 15 Jahre. Das ist ein harter Rhythmus, den du da eingeschlagen hast. 15 Jahre, die sind aber nicht einfach so vergangen, sondern dieses Album aus 2008, statt dafür, ist heute genauso zeitlos wie damals, ist immer noch so erfolgreich. Anderthalb Millionen verkaufte Einheiten. Immer wieder hört man meistverkauftes Deutsch-Rap-Album. Ist auch eine interessante Betitelung dafür. Ja, ja, die Hip-Hopper und Rapper hassen mich, glaube ich, dafür. Und es tut mir leid, ich habe nie gesagt, dass ich rappe. Besser das als Fanta 4. Ja, es tut mir leid, ich habe mich nie selbst als Rapper bezeichnet. Und ja, gerade in so einer Zeit, wo sich Musik und Trends und Hypes so schnell ändern, mit einer Platte wie Stadtaffe immer noch gehört zu finden und auch auf Tour zu gehen und die Songs auch immer noch zu spielen. Was hat das mit dir gemacht über die 15 Jahre und vor allen Dingen beim Kreieren eines neuen Albums? Rennt man da so einer Zeitlosigkeit hinterher? Gibt es Attribute, wo man weiß, die habe ich damals so gemacht, das hat gut funktioniert. Kann man die wieder aufgreifen? Dieses typische, riechst du einen Hit im Studio, riechst du die Zeitlosigkeit oder ist es tatsächlich mehr Magie als Kalkül? Gute Frage. Coole ist natürlich, wenn man sagt, es passiert einfach. Aber ja, es ist schon beides. Es kommen ja so Sachen einfach, also Musik entsteht wirklich, es ist irgendwie eine Melodie, Melodie da und man weiß manchmal nicht, habe ich das jetzt irgendwo her, ist das irgendwie in meinem Kopf, weil die Melodie gab es schon mal irgendwo und ich habe die jetzt nur leicht verändert oder hast du sie gerade wirklich kreiert und du kombinierst Sachen. Ich meine, es gibt nur, in der westlichen Musik gibt es genau zwölf Töne. Genau. Und die kannst du auch bei mathematischen und herwürfeln. Nur begrenzt kombinieren. Nur begrenzt kombinieren. Aber natürlich ist es immer so die Attitude, der Rhythmus, also allein durch die Rhythmik. Also du hast halt Rhythmik und du hast zwölf Noten, du kannst schon sehr viel damit machen. Aber würde ich schon sagen, dass es echt beides ist. Es gibt so die Momente, wo einem einfach was, wo man am Klavier sitzt und irgendwie ein Spielchen ein bisschen singt irgendwas und dann, ah, das ist irgendwie geil so und dann nehme ich das auf auf ein Gerät und entweder es passiert sofort, man macht sofort einen Song damit oder man holt es später nochmal raus so. Und dann gibt es natürlich Momente, wo man sagt, ey, man hört sich so sechs Skizzen an, sagen wir mal, ab und zu macht man so, ey, was haben wir denn so und dann, ey, und alle gucken sich an, ey, das ist es. So der Song ist richtig stark. Und der nicht so geil, wie wir damals dachten, als an dem Tag, wo wir ihn gemacht haben. Also das gibt's. Und dann fängt es halt an, wie du sagst, dann wird's berechnend. Und das ist dann halt professionell. Der Song ist stark, der ist aber noch nicht fertig, jetzt lass uns den nach Hause bringen. Und so würde ich sagen, ist so die Mischung. Und ich habe auf jeden Fall, wollte ich nicht mehr sowas, also die Sachen von 2008, 2009, ich meine, die ballern teilweise ganz gut, auf jeden Fall. Mir sind die jetzt, in meinem jetzigen State of My, teilweise ein bisschen zu breitbeinig oder ein bisschen zu... Die Attitüde. Die Attitüde, ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu rockig fast. Aber du warst ja auch ein anderer Mensch und 15 Jahre ging. Voll, voll. Und ich hatte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Testosteron als heute. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich wollte lieber, ich stehe auch auf irgendwie smoothen Musik, eigentlich schon immer, auch damals schon, aber hatte das Gefühl, ey, was ich mache, ich kann das am besten. So mit meiner Stimme, ich bin jetzt auch kein Riesensänger oder so, ey, ich mache mal so das, was ich gut kann. Und jetzt so mit Abstand gesehen, auch durch diese ganzen Afrobeat-Influencers, die ich schon mit diesem Ricky Dietz-Projekt auch so ein bisschen ausgelotet habe. Ich habe einfach gemerkt, boah, das gefällt mir einfach total. Ja. Und ja, hatte ich so das Gefühl, ich will auf jeden Fall Sachen machen, die smooth sind. Und jetzt den vielen Fans von damals, die würden jetzt halt sagen, ja, aber es ballert nicht mehr so doll. Ich sage, ja, soll es auch nicht. Ja, soll es auch nicht. Soll es nicht. Ich will ein anderes Gefühl so erzeugen. Für mich selbst und auch für die Leute. Und manche fühlen halt so das Neue stark und manche sagen, ja, die alten Sachen sind irgendwie viel geiler und unerreicht. Und dann würde ich sagen, ja, aber dann hör doch das. Was soll ich dasselbe nochmal machen? Wie ging diese Jay-Z-Line? You want my old shit, buy my old album oder so? Ja, ja. Irgendwie sowas. Mäßig. Ja, ist witzig, weil du hast aus Stadtafel auch was ganz anderes gemacht, als Silo gemacht hätte, glaube ich. So stimmlich kann ich mir den nicht vorstellen, wie der sagt, ich verbrenne mein Studio. Nein, safe. Ich hatte halt die Beats tatsächlich so oder die, wir hatten auch Instrumentals, wo ich mir Silo super gut drauf hätte vorstellen können, auf die ich dann nichts gemacht habe. Wir hatten auch mehr, als was auf dem Album war. Ja, klar. Aber es gab auch so ein paar Sachen, also zum Beispiel das Haus am See, Instrumentals fand er halt voll geil. Oder dann gab es einen Song, das zweite Gesicht. Das fand er auch super. Also da gab es so ein paar, wo er meinte, oh, darum will ich unbedingt was machen. Und bei manchen, vielleicht hätte er auch gesagt, nee, da fällt mir jetzt nichts zu ein oder so. Also es wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Album geworden. Safe. Ich finde es witzig, weil wir gerade auch kurz über Rap gesprochen haben. Der Savas, der hat vor zehn Jahren ungefähr gesagt, dass er dieses Album zwar musikalisch nicht so feiert, ist vielleicht heute auch anders, weiß ich nicht. Aber dass er Stadtaffe und dich so krass respektiert für diese Tatsache, dass du so viel Geld damals dafür ausgegeben hast. Wo du 50, 200.000 oder so in die Produktion gesteckt hast aus eigener Tasche. Und es für ihn auch so ein Umdenken für ihn in der Produktion angestoßen hat. Dass er gesagt hat, ey, ich gebe Geld aus bei der Produktion. Und einfach, dass irgendwie dieses Risiko auch so respektiert hast, dass du gesagt hast, ich bin überzeugt von dieser Musik, ich will das so machen. Ich lade hier das Babelsberger Filmorchester, glaube ich, ein und lasse es hier alles einspielen. Hat das für dich bei diesem Album wieder eine Rolle gespielt? Gab es so Sachen, so Denkansätze auch, die du von damals zu heute analog irgendwie übernommen hast? Das Album war günstiger diesmal. Ich weiß gar nicht, ob es so viel günstiger war, aber weil eh wirklich alles viel teurer geworden ist. Das hat auch zum Beispiel, das hat damit gar nichts zu tun, aber auch am Rande so, was das Live-Business angeht. Die Ticketpreise müssen gerade auch immer, also teurer werden zum Beispiel. Ich hasse das, dass meine Tickets jetzt über 60 Euro kosten. Das wäre immer für mich so eine Schallgrenze gewesen. Aber die Sachen sind alle so, also wenn du jetzt einen Bus mieten willst, oder übrigens ist es so teuer geworden. Und dasselbe ist natürlich auch mit Preisen, was so Produktion angeht. Wenn du jetzt irgendwo hinreist in irgendein Studio oder so. Aber also das wäre jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt teurer war oder wie, weil bestimmt war es ein bisschen weniger teuer. Aber da hat sich nicht viel geändert. Ich finde es nach wie vor so, ey, ich mache meine Musik, ich mache die auch unabhängig von irgendeinem Label. Ob das jetzt sagt, wir geben dir Geld, wir geben dir kein Geld. Also ich glaube natürlich an mein Zeug und mache das. Und am Ende hat es immer ein Label gegeben, was gesagt hat, geil, bring mal raus. Oder wo ich sowieso unter Vertrag war, davon abgesehen. Aber dann haben die mir auch nicht reingeredet, wie teuer oder was ich da machen soll. Ich sage, das ist cool, aber das hat ja jeder Künstler, der ein bisschen History hat und schon ein, zwei Alben gemacht hat, die auch vielleicht irgendwie funktionieren. Der kann dann auch einfach so ein Ding machen. Ja, eine letzte Sache, die ich ganz witzig fand, weil du vorhin auch gesagt hast, ey, mit dem Alter und vielleicht mache ich mal Platz für junge Leute. Du hast irgendwo auch gesagt, Outcasts haben auch mal gesagt, we came to fuck shit up und vielleicht ist jetzt auch in der Zeit, dass andere Leute mal shit up fucken. Ein ganz guter Gegenbeweis dafür wäre vielleicht dieser riesige Erfolg vor mittlerweile drei Jahren von Kitschkrieg und Djamoule, der Unterwegs-Song, das Aufstehen-Remake. Ihr habt da einen Song gemacht vor, wann kam der raus? 2005, vor mittlerweile fast 20 Jahren, der 18 Jahre später auf Platz 1 geht und fast noch größere Erfolge feiert als der Originalsong, was für eure natürlich zeitlose musikalische Qualität damals auch spricht. Wie hast du diesen Moment wahrgenommen? Hast du an dem Song mitgearbeitet? Nee, also Kitschkrieg hatten wir damals nur das Instrumental vorgespielt und hatten viel auf diesem Streicher-Thema aufgebaut. Ich meinte, er nimmt doch lieber die Mellotron-Flöten, die sind doch irgendwie cooler. Ja, das war wirklich mein einziger Input. Da hatte ich aber, glaube ich, auch den Song oder die Vocals von Djamoule noch gar nicht gehört. Aber nee, sonst haben die das schon alleine hingekriegt. Was war das für dich für ein Gefühl zu sehen, dieser Song, der fast 20 Jahre alt ist, der kommt wieder und der berührt auch durch einen deutlich jüngeren Artist einfach eine jüngere neue Zielgruppe und so weiter? Ja, ich weiß nicht, ich habe ja auch nicht so viel drüber nachgedacht. Ja. Cool. Ja. Mega. Ja. Haben deine Kids den gefeiert? Ähm, du, ganz ehrlich, meine Kids, genau wie das bei mir früher auch war oder teilweise immer noch so ist, die hören einfach wenig deutsche Mucker. Ah ja, okay. Das ist krass, das sagen wahrscheinlich viele. Interessant, ja. Also ich weiß nicht, ob die das damals so wirklich mitbekommen haben, muss ich gestehen. Also wir haben nicht drüber geredet. Hey Papa, dein alter Song ist jetzt nicht. Also haben die jetzt nicht gesagt. Du hast schon mal gesagt, dass die auch hin und wieder ehrlich sind in ihrem Feedback und auch sagen, ey, das ist cringe, was du machst. Ja, ja, also wenn ich ein, zweimal so Videos gemacht habe, wo ich irgendwas in die Kamera sage, dann waren meine Kinder manchmal so. Also, beziehst du die so mit ein bei der, beim Feedback-Club in der Musik auch? Nein, gar nicht. Nee, wirklich gar nicht. Ähm, die hören wirklich, meine, meine Tochter war bis vor ein paar Jahren so voll in so K-Pop drin. Ja, krass. Wo ich so bin, oh Gott. Wild, ja. Andere Welt. Deswegen, da wollte ich sie lieber, würde ich sie nicht fragen. Ah, und mein Sohn, ja klar, der ist Travis-Scott-Fan. Ja, geil. Also, ähm, nee, mit denen tausche ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Aber, ich muss schon sagen, wenn die auf einem Konzert sind, die kommen dann auch, wenn ich auf Tour gehen, mal so einmal im Jahr in Berlin auf ein Konzert vorbei. Und wenn die dann sagen, oh, war doch, war doch gut. Ja. So, dann, dann freue ich mich. Also, als wenn sie sagen würden, oh, Papa, ist das Cringe, ey, hör auf, bitte. So, das wäre halt, würde ich jetzt auch nicht so feiern. Ja, verstehe. Das wäre mir dann auch nicht egal, ne, bin ich natürlich, muss ich schon sagen. Aber ich frage die jetzt nicht zu Songs. Aber wenn die halt so sehen, wie ich Social Media, also nicht, dass ich denen das zeige, guck mal, ich habe hier einen Post für Insta, was sagst du denn dazu? Aber wenn die mich halt ertappen, wie ich irgendwas aufnehme, so zu Hause, was ich auch selten mache, aber wenn ich mal irgendwas, dann sagt zum Beispiel meine Tochter, ey, das macht man nicht mehr. Man redet nicht mehr so und so in die Kamera, ey, hör auf damit und so. Witzig. Zumindest Travis ist, glaube ich, gar kein so schlechter Pick. Der ist, glaube ich, vom Künstler naturell gar nicht so weit weg von dir. Der ist ja auch ein Bastler und Soundpionier und, glaube ich, vom Naturell her auch eher ein Producer, der aus der Not heraus selber zum Soloartist geworden ist. Von daher hast du, glaube ich, ganz gute Arbeit da geleistet. Danke dir, Pierre. Ich glaube, das war eher Fortnite, was deine Arbeit geleistet hat. Stimmt, kann auch sein, ja. Ja, Tatsache. Pierre, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für diese Platte. Vielen Dank für alles, was du musikalisch uns geschenkt hast über die letzten Jahrzehnte. Und viel Spaß noch live. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.